Und damit sind wir wieder hier. Yulan ist dein perfekter Mongo. Ich bin grad woanders gespawnt, ne? Und musste den ganzen Weg jetzt hierher kommen, weil Yulan zu inkompetent ist, mich einfach darüber durch zu supporten. Ne? Das ist ja scheiß Verteidigung zu sagen. Du hast keine Verteidigung, Stinks. Harte, Aum, Aum. Achja, irgendwas wollte ich machen oder sagen, ich weiß es nur nicht mehr. Ich teste jetzt mal Shotgun. Du wolltest dein Ding verteilen. Was Yulan mir eben gesagt hat, was ich nicht wusste, ist Badass Run. Das heißt, ich kann Token einlösen. So, was brauchen wir denn? Schusswaffenschaden, natürlich. Also kann ich immer nur das gleiche nehmen. Nein. Lies einfach, du Kacknase. Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate, Schusswaffen, Dresssicherheit. Hast du die Quest angenommen? Noch nicht. Ich muss erstmal das Leveln da. Fehlkapazität, Ladeverzögerung. Es wird mega lang dauern. Doch, bloß. Deswegen meinte ich ja, mach es offscreen. Ne, 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 ne. Danke. Ne, 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 ne. Na, möglicher Mentaleffekt. Ne, Feuerrate. Oder Feuerrate nehmen. Ach, ja, voll geil, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ja, komm. Ich stell mich da rüber, dann machst du auch die Viecher kaputt, während ich da... Gute Idee. Ich kann nicht garantieren, dass du nicht verreckst. Man soll teilweise über mich abbrechen oder so. So. Ja, wir können eh nicht zugucken. Wir müssen unsere geilen Token einlösen. Ah. Maximale Gesundheit. Äh. Bam. Die Stage ist ekelhaft. Hm. Rückstoßdämpfung. Hm. Nur Exploder. Hat doch was, oder? Errungenschaft freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. Token Tanker. Boah, bist du cool. Errungenschaft freigeschaltet. Wann schauen wir bitte, bevor Nico fertig ist mit... ... verteilen. Ja, wollen wir mal sehen. Boah, komm. Boah, komm. Wie geht's denn? Nein. Da hat er... ... 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 62 token 56 nahkampfschaden genau erlass nahkampfschaden pusten und wie weit bist du erste welle von vier durch 50 prozent abgeschlossen nur noch 50 prozent nur noch 50 schusssniper das glaubst gar nicht das ist so mega geil das rumpeln gehört machen wir fröhlich weiter 39 noch wie ist gerade alles alles scheiße kommt die ganze oben und das ist das beste ist immer unten komm herr live regie bitte ach ja also alle die gerade zugucken können auch zwei minuten weiter vorspulen ist kein problem da passiert nichts interessantes eventuell gebe ich einen löffel aber sonst nichts weiter interessantes alles klar da oben steht die ganze granaten schaden immer noch wieder granaten schaden alter was wollen die auf 25 prozent gut ist eine gute bitch julian fick dich nur die wahrheit tut weh du schluck specht aber ein rips hat voller riecht voller pizza wo ist die alte schlapper fatze meinst du mich nein 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 ich noch nicht anders das kam unerwartet noch fünf token auch faktor uns jetzt aber hat zwei token hätte ich alles nur in granaten schaden reingemacht hätte ich glaube ich jetzt 30 40 prozent mehr granaten schaden es gibt nicht so viel was habe ich denn jetzt alles genommen ist das eklig ich muss gleich was hinten hier war das war das alle ne da hinten ist noch einer das ist kein sniper da hinten ist doch da ist ein sniper im nahkampf kann halt echt nichts ne geht ich gebe schnell die quest ab da habe ich mega gut abgeschlossen ja hast richtig viel mitgemacht weißt du du kannst die waffen auch looten ein zehntausender ne 10.900er apg wer mit hab ich auch hab ich auch ach komm gleich ausrüsten gleich nächste quest starten jo wie gibt's denn davon keine ahnung Leute ich dachte erstmal das wäre eine clue rolle aber das war das der fakt so und nächste runde hm hab das gefühl ich werde die da verrecken so ist auch belugt einfach so komm ran junge ich bin sch achso ich muss sagen der sniper ist alles relativ gut sag mal dein sniper wie viel zieht denn der ja kurz runter werfen dann gucke ich ihn mal an dann kannst du ihn wieder zurück nehmen Julian warte 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 äh nico ja mit 20 crids müssen mitten exploder kurz mal nachchecken ach der war schlecht mit crids sagst du ja mal schon mal eine bisschen heil auf für dich machen sie mich durchtrittdamage irgendwie lol boah pvlo das ist zu kotze ich ernsthaft f*** die hände alter bumm ne 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 den schenke ich dir nicht hehehehe den schenke ich dir nicht hm ich glaube ich kann die gar nicht mit crids töten also deine vergleiche ist mir ne ne ich muss den sniper dafür nehmen weil ähm bei mir ist es nicht unbedingt der krit schaden der den dann tötet weil ja mehrere kleine selben hab Shotgun und so, ja mach den mal, ich geh looten, nur die Haken kommen in den Garten, merkst dir, einfach nur True Wie ist hier der Hotloader? Alter, was war das? LOL Es kommt noch Chatloader dazu, pass auf Ist mir scheißegal, ich will den eigenen jetzt killen So Überlebst du? Ja, ich hab den Low Scope Crit verpasst Ich Crit eigentlich mehr oder weniger jeden Schuss Ja, das geht mir genauso Was darin liegen könnte, dass ich auf der Sniper 120% Crit hab Das erhöht halt nur die Crit Chance, aber nicht äh Es muss nicht sein, dass jeder Schusser ein Crit ist Ähm, ich selbst hab auf mir Durch Sirenenklasse hab ich glaub ich 8% Crit Chance extra dazu Und noch ähm Bisschen mehr Eintracht geht beim Jetloader ab Eintracht geht beim Jetloader ab Und noch mal